Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Ja, es ist Avalon Code, wie ihr seht. Und ich mach das eigentlich nach langer Zeit. Und die erste ist von Kati Saks. Guten Tag, Kati Saks. Und sein Vorschlag war so. Katze, Blitz, Goldwohlstand, Hoffnung, Licht, Silber-Gold-Hund, Fisch. Freiheit, Schatten, Vogelwald. Und sehen wir mal uns seine Welt an. Ja. Und los geht's in der Welt von Kati Saks. Hier kommt deine Welt. Ja. Sieht ein bisschen atemberaubend aus. Es regnet viel. Seh uns mal an, wie das so alles hier ist. Und? Heute ist so ein schönes Wetter. Ich hoffe, dass es für immer so bleibt. Du hast was mit den Augen, Mann, Mann. Der Himmel ist so blau und die Erde so warm. Und ich bin so klein darin. Ähm, ja. Hallo? Juhu. Bist du noch irgendwas? Fahna, wie geht's dir? Es macht mich so glücklich, bei dir zu sein. Ja, da komm in mein Haus. Dann zeig ich dir, wie ich glücklich bin. Ähm. Ein Stein, okay. Jetzt wieder das Problem mit dem Scheißbuch. Jetzt muss ich wieder rausgehen. Okay. Erstmal. Kati Saks. Wie gefällt dir deine Welt? So wolltest du sie. Jetzt hast du sie. Ich weiß. Ich weiß. Sehr, sehr gut. Ha. 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 Okay. Ja. Okay. Die nächste kommt jetzt gleich. Wartet. Okay, es geht weiter. Die nächste ist Devil Inside. Und seins war Freiheit. Licht. Äh. Hoffnung. Freiheit. Oder Ruhm. Keine Ahnung. Weisheit. Recht. Kupfer, Eisen, Gold. Vogel. Wohlhabend, Wald und Hund und Schatten. Sehen wir uns mal seine Welt an. Und wie ist seine Welt? Vielleicht besser, vielleicht auch nicht. Ähm, ja. Okay, mehr Busch hier in dieser Welt. Okay. Okay. Was hast du zu sagen? Wenn du die Zukunft ändern könntest, was würdest du tun? Ich werde überhaupt nichts tun. Ich ziehe eine ungewisse Zukunft einer vor, in der alles vorbestimmt ist. Ähm, kleiner Mann? Ich kann endlich Abschied von Alleinleben nehmen. Ich heirate. Ich werde mit meiner Frau leben. Okay. Fana, hast du was zu sagen? Ich möchte die Welt sehen. Nachdem ich so lange eingefächert war. Jetzt ist mein Traum wahr geworden. Und das ist allein dir zu verdanken, Roxas. Okay. Die Welt macht mir irgendwie traurig oder so. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, wieso. Ich gehe lieber raus. Sonst werde ich noch hier depressiv. Och. Komm. Komm schon. Komm. Ja, endlich. Gut so. Gut so. Ja, und das war... Oh nein. Das ist Part 100. Und ja. Was soll man sagen? Das ist alles. Von Abwarn und Kurt. Ich habe alles gemacht. Es gibt vielleicht noch Nebenquests, aber... Die sind nicht mehr so wichtig, weil... Ich habe jetzt schon das Wichtigste gemacht. Und wir sehen uns bei unseren nächsten... Ne... Ach. Wir sehen uns bei den nächsten Projekten. Tschüss.